ja moin liebe leute hier ist Dietmar von tarifteb.de und dieses kurze beispiel video drehe ich mit dem brandneuen honor x8 ein neues smartphone der gehobenen einsteiger klasse für 249 euro kommt jetzt in den nächsten ist schon auf den markt gekommen aber erst seit kurzem seit ein paar tagen glaube ich erst und ja dieses video hier drehe ich in der maximalen auflösung liegt hier beim x8 bei full hd mit 30 bildern pro sekunde 4k gibt es nicht gibt auch keine bildschirmisatoren oder ähnlichen schnickschnack aber es ist trotzdem ein schönes smartphone ich teste es auch gerade auf herz und nieren und wenn ihr interesse habt am kompletten testbericht zum neuen honor x8 dann schaut mal auf meinem kanal vorbei vielleicht sehen wir uns dann ja wieder es grüßen euch mein kater und ich bis dann tschüss